Hallo, mein Name ist Frank Wiegand, ich bin Gastronom und Hotelier aus Bad Oeynhausen. Ich betreibe den Trollinger Hof, das Hotel hier und das Restaurant Wiegand. Wir betreiben unsere Gastronomie hier mit einem nachhaltigen Hintergrund. Warum mache ich das in Bad Oeynhausen? Weil ich einfach die Menschen hier liebe. Wir haben ein wunderbares Verhältnis zu unseren Gästen. Besonders gefällt mir in Bad Oeynhausen die Vielfalt der kulturellen Angebote. Wir haben beispielsweise eine Varieté, eine Spielbank und einen historischen Kurpark. Und ich finde, da passt genau das, was wir hier machen auf hohem Niveau dazu. Schön, dass du da bist!